Den Ball hinaus zu Kals, die dritte Komponente in dieser fast schon vorgegebenen Konstruktion. Rubesch, sehenswert, seien 3 zu 0. Der Fehler von Toni Schumacher, Rubesch, 3 zu 2. Zum Magath, auf der linken Seite hat er viel Platz, seine Flanke verwandelt Rubesch per Kopf, unhaltbar für Bordenski. 1 zu 1. Milewski zu Rubesch, 2 zu 0 für den HSV. Das zweite herbeigebettete Rubesch-Tour schon in diesem Spiel, nach einer guten halben Stunde. Musik 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 Musik